ihr lieben herzlich willkommen zu eurer botschaft da gucken wir allgemein da könnten natürlich die menschen auftauchen das müsst ihr euch aber um ja privat legung müsste leider durch für den september danach ist wieder pause video verlinkt links oder rechts ihr kriegt nicht gebacken ich glaube hier dann ist es da war ich weiß es nicht zwei modelle gibt es zum aussuchen entweder eine halbe stunde oder eine stunde privat voll analyse und e mail steht in der infobox auf das wort mehr oder den titel klicken dann noch mal irgendwas klicken und dann klappt sich dann fällt auf dass meine e mail adresse für die anfragen für september und ab september ist dann wieder schluss und wir starten jetzt ihr lieben verliert den verstand bitte nicht durch die karten sondern gewinnt an euren impulsen oh das ist eine schöne energie der geist der dankbarkeit gilt auch für verbindung jeglicher art wir haben die 24 wenn mich nicht um gottes will das wird ja immer schlimmer ich sehe eine 2 und eine 4 und dann wird es noch eine 43 also werde davor auch eine 42 gewesen wir haben die quersumme 77 ist der wagen oder welchen weg hast du genommen der geist der dankbarkeit im tarot ist der wagen manchmal ein bisschen aussetzer welchen weg hast du genommen ein hauch von magie um mit der 48 quersumme drei da haben wir dann die herrscherin 12 1 und 2 sind drei er die herrscherin steht ja auch für ihren weg den weg den du machst du bist dankbar für deine erfahrung positiv natürlich aber das negative bewahrt dich eben vor den nächsten schritten die in der zukunft auf dich warten und ein hauch von magie den erschaffst du dir selbst wieder der begleitet dich natürlich auf dieser strecke ich verwöhnen jetzt gerade ein bisschen die stimmen da draußen es wird magisch warten wir mal ab wir gucken mal was hier magisch wird das akkanum der stern mit der wassermann energie es wird magisch hier geht etwas rein hier geht etwas ins fließen über ich denke doch da könnten jetzt schon empfinden oder gefühle anstehen wo man etwas fühlt ja dass es bereit ist auszukippen in anführungsstrichen es fließen zu lassen du könntest hier demnächst oder bist du schon voll drin etwas annehmen und du merkst eine energie die wirklich sehr im fluss ist ja ein kreis nichts mehr in deiner welt mit lügen vorerst ja du bist dir vor lügen bewahrt und wenn dann sind die lügen rausgekommen du hast die klarheit du hast die wahrheiten vor dir da ist nichts mehr verdeckt da ist etwas rausgekommen ja dadurch kannst du wieder befreiend wahrscheinlich auch die dankbarkeit annehmen diese lügen das ungeklärte unentdeckte ist draußen ja damit musst du dich gar nicht mehr beschäftigen es ist raus dir ist es bewusst dir ist es bekannt du wirst sie nicht mehr gestoppt von irgendwelchen unwahrheiten irgendwelchen anderen drückenden gefühlen die dich hier daran gehindert haben frei zu sein ja glaube hoffnung ist ja auch irgendwie freiheit du nimmst wirklich die dankbarkeit hier an dass es für dich alles rausgekommen ist alles klar sichtbar es liegt alles vor dir und nur mit einem aufgeräumten umfeld kannst du loslegen und wenn es nur noch aus dir selbst besteht ja das ist dein umfeld kann sein dass du hier sehr viel aussortiert hast die dir immer wieder reinreden wollten oder die andere vielleicht überzeugen wollten dass du eine andere person bist als du vorgibst wir haben hier ja das erfüllt dich nicht mehr das begleitet dich nicht mehr ja das ist alles von dir weggegangen menschen die sich eingesetzt haben oder die über dich sachen erzählt haben die du nur selbst für dich weißt ja vielleicht warst du so interessant dass man sich hier irgendwelche sachen aus dem stern gezogen haben könnte ja wo du gedacht hättest mensch die fantasie ist ja wirklich wahnsinn machen machen märchen oder mach eine geschichte daraus das ist nicht mehr es ist alles nicht mehr präsent in deinem leben du hast dich davon entfernt auch launen ja du hast dich von launen entfernt selbst deine laune war eine zeit lang wirklich sehr tief unten weil du immer wieder mit sachen konfrontiert wurdest die nicht der wahrheit entsprachen oder entsprochen haben alles von dir entfernt menschen die die sachen versprochen haben die sie nicht eingehalten haben du findest hier selbst zu deiner eigenen mitte wieder zurück mit königin der stäbe ob man oder frau ist egal ja du hast eine ausstrahlung du fühlst auch du trittst auch anders auf du nimmst das leben anders war dir machen die sachen wieder spaß oder du hast etwas gefunden wo du wieder aufblühst ja du hast dir irgendwas gefunden wo du wieder aufblühst und da wartet etwas großes du selbst wirst dich nicht blenden ja aber die geht es blendend oder die wird es blenden gehen du kommst du wieder total in fahrt zeigst dich gehst auch wieder raus zeigt sich der öffentlichkeit bist du nicht mehr in der isolation du machst du auch selbst mit der scheinheiligkeit hier nichts mehr vor du hast dir richtig schön eine ganz starke positive welle vor dir ja mit sieben der kälte ist es das was du noch erreichen möchtest du hast hier pläne du hast die vision und du verfolgst seine vision passt auch sehr schön zum stern wir haben die welt du versuchst hier noch etwas anzugehen was du vorher nicht gemacht hast deswegen ziehst du dich zurück um selbst zu gucken auf welchem weg bist du jetzt hier wirklich richtig unterwegs ja welcher weg bringt dich genau dorthin wo du deine feuer energie rauslassen kannst wir haben die jungfrau energie du bringst ordnung in dein leben definitiv und das wird hier ein neuer abschnitt geben oder es wird einen neuen abschnitt geben für dich wir gehen hier in die welt rein eine geburt ist bei den wenigsten ich kenne ja mittlerweile durch die analytics eure altersgruppen könnte auch für geburt stehen aber du bereinigst hier irgendwie ein altes kapitel ja du fängst neues kapitel an und da wird auch gemacht du setzt etwas hier um du setzt dich für eine sache ein sehr präsent dich braucht man fast ja da wo du hinläufst bist du präsent vielleicht bist du auch in einer art umwandlung im wandlungsprozess ja das kann auch sein weil du nichts mehr mit diesen ganzen sprüchen versprechungen lügen intrigen zu tun hast du hast eine richtig freie superschöne bahn bleibe du hast dich erholt ist ja fast wie die fortsetzung von der großen legung ich sage euch auch warum weil da warst du in einem stand gerade aufzuräumen hier fängst du an hier wirst du wahrscheinlich erkennen das gehört der vergangenheit an ja dieses bodenlose diese bodenlose frechheit dieses bodenlose was du erleben musstest was sich oftmals wirklich auf die knie gezwungen hat war im schatten begleitet dich nicht mehr du hast ausgeheilt du hast auch den teufelskreis gesehen und du weißt auch du kriegst den teufelskreis niemals weg aber du weißt wie du den teufelskreis siehst ja selbst wenn du hier noch mal reinläufst wirst du keine angst mehr davor haben wenn es schwer werden sollte wirst du den ausgang finden hier kommen alle sachen ins spiel wie abhängigkeiten co abhängigkeiten süchte versuchung hast du gelernt in der ganzen alten phase wahrscheinlich ist es auch die dankbarkeit hättest du diese prozesse nicht erlebt dann würdest du heute hier nicht dastehen und sagen ich erkenne mittlerweile was gefährlich werden könnte wir haben eine steinbock energie und wir haben hier drei der zwei der münzen schuldigung dieser schlechte und positive prozess den teufelskreis in der vergangenheit gesehen zu haben war wichtig für dich da musst du dich fast schon nach unten bringen ja klingt jetzt zwar ein bisschen doof ihr da hinter der bildschirmscheibe werdet sagen na dankeschön aber es musste fast dazu kommen dass du das erkennst für die zukunft diese prozesse dieses on off dieses pro contra braucht es du um hier raus zu kommen um die teufelskreise zu sehen ja um zu wissen wo läufst du in der neuen phase oder neuen kapitel nicht mehr rein definitiv nicht mehr mit schwierigkeiten von anderen menschen vielleicht musstest du selbst auch erst mal bei dir ordnung schaffen kann auch sein ja ist wie ein anschluss an die letzte legung heute denn die ruhe die du in der großen legung nicht gefunden hast die kommt hier rein du brauchst die ruhe ja andere menschen haben gestört du brauchst es in diesem prozess die ruhe und du musstest schon fast andere menschen von dir fernhalten ja es gab wahrscheinlich eine phase da wolltest du ruhe und auf einmal sind alle gekommen alle wollten was von dir alle energien sind auf dich eingeprasselt in jeglicher art und form du hast aber hier wirklich abstand genommen und gesagt ich brauche meine ruhe ich habe keine lust mehr auf diskussion ich möchte nicht mehr kämpfen du hast dich hier von sehr vielen teilen verabschiedet zurückgezogen ja gerade auch mit dem eremiten der jungfrau energie die war ja auch noch da du braucht es diese ruhe blockaden das am alt ist ja wirklich die fortsetzung blockaden sind weg du hast sie alle aufgearbeitet ja und hier geht es rein du bist ja als könig königin der stab energie reingekommen hier geht es rein hier könnten kleine pläne stattfinden oder weiterpläne weiterentwicklung um etwas größer zu machen um neue wege zu gehen könnten botschaften kontakte noch kommen mit denen du vielleicht jetzt auch super gut umgehen kannst mit den du vorher noch nicht gut umgehen konntest hier kommt wieder die stab energie du kriegst sein stolz deine würde wieder zurück ja die dankbarkeit zu allem du weißt worauf es ankommt du bleibst aber nicht hängen in irgendeiner gestörten kommunikation sondern das sind kommunikationen jeglicher art egal von wem sie kommen mit denen du weiter kommst ja ich glaube du nimmst es hier schon viel lockerer ja weil du die wahrheit kennst und wir sind ja rein gestartet oder haben gestartet mit diesen lügen die sind nicht mehr da hier ist irgendwas auf den tisch gekommen für dich ist es einfach klar sichtbar du hast nichts mehr zu verlieren ja du fängst dein leben sehr geordnet und sehr ehrlich und strukturiert für dich selbst an zum ersten mal siehst du alles klar sagen was mal so die klarheit ist im vordergrund zum ersten mal siehst du hier alles klar niemand manipuliert ich hier mehr beziehungsweise gibt es hier keine chancen mehr dass man dich hier irgendwie einwickeln könnte du hast dich für einen prozess für dich selbst entschieden du entscheidest hier über eine sache selbst ohne menschen zu fragen und das ist schon fast wie so ein schritt der mut kostet ja das ist ein schritt der mut kostet aber du denkst dir nein ich zieh das durch aber du denkst dir nein ich zieh das durch mit der wieder energie ich komme ich bin da ich bin gesetz vielleicht hast du dich hier gewährt vielleicht hast du irgendwas kund getan vielleicht so genau wie du es noch nie genau ausgesprochen hast man kann ich nicht falsch verstehen ja du bist dein eigenes gesetz geworden was du vielleicht in der vergangenheit sehr oft vergessen hast du hast auch ein anrecht du hast auch deine rechte und das hältst du wirklich menschen vor oder hast die chance gehabt menschen ist fort zu halten aber das ist nicht mehr das womit du dich rumschlägst du bist dein eigener herr deine eigene frau du gehst hier komplett auf konfrontation aber in ein positives kapitel du überschreibst irgendwie wirklich mit allem was dir hier in der macht steht und was zukommt oder auf dich zukommt überschreibst du hier mit voller macht ab diesem zeitpunkt wird nur noch gehandelt ab diesem zeitpunkt braucht man deine energie deine entwicklung ja hier entwickelt sich etwas sehr stark in diese richtung dass man dich ernst nimmt wir haben hier neun der schwerter hat auch bei dir kein platz mehr alles was hier von außen reingekommen ist liegt hier in der schwerter kraft dritter der schwerter und könig der schwerter all das belastet dich einfach nicht mehr ja das hast du frei weg bekommen das ist nicht mehr in deinem kopf das wird nicht mehr in deinem kopf sein du wirst hier entschlossen ran gehen eine entwicklung zu starten die egal wie sie aussieht ja ob pläne oder für dich selbst und hier haben wir noch ein schönes endergebnis hier fruchtet etwas hier kommt etwas ins gedeihen in sachen liebe oder ankommen mit dir selbst selbst liebe aufräumen auf arbeiten ja hier kommt die chance kriegt die karte nicht hoch von dem restlichen stapel ich muss mir mal kurz eine bahn hier freimachen die rutscht hier sagen sie mal was war denn das du sture ding ah mensch wäre ja zu schön um wahr zu sein war die sonne die wisst ihr was es soll gerade so sein ich bücke mich jetzt nicht ich weiß das ist bei mir immer karma behaftet wenn ich rum maule dürfte man schon in etlichen prozessen gesehen haben aber lieber so als irgendwo mein dickes ende woanders zu kriegen aus der kälte oh die erfahrung die erfahrungswerte der geist der dankbarkeit hier schließt sich der kreis für mich heute du bist dankbar für jede erfahrung in deinem leben die dich hier hergetragen hat ja vielleicht nicht für jede aber für die erfahrungen die du gemacht hast die dich hier hergetragen haben du wirst du noch merken wie viel intensität hier drin steckt worauf du zuläufst welche chance sich hier bietet in sachen selbst liebe in stärke du hast hier mal wieder endlich an dich geglaubt dein fokus geht auch nur noch auf dich in einer bestimmten phase das hat nichts mit egoismus zu tun aber du kümmerst dich einfach um dich selbst weil du viel zu viele menschen gefüttert hast mit energien weil du vielleicht auch nur funktionieren musstest jahrelang du bewegst dich hier in deinem kapitel mit der welt von vorhin in einen rückblick von erfahrung ja und es kommt hier wirklich eine tiefe dankbarkeit sogar hoch auch wenn dein leben nicht so leicht war hast du hier ein gefühl von dankbarkeit ja was du mitnimmst und ich glaube dieses gefühl der dankbarkeit macht dir vieles leichter die chancen auch zu sehen und anzunehmen weil die konntest du vorher überhaupt nicht sehen ja vorher warst du noch mit irgendwelchen altprozessen beschäftigt aber diese chancen die immer wieder reinkommen die nimmst du jetzt war die waren vorher auch schon da nur da hast du in irgendeiner energie gesteckt wo du trauern musstest wo du getraut hast wo du überlegt hast wo deine stimmung nicht dafür da war neue sachen anzufangen und jetzt kommt sie wieder rein ja dieses beständige auf den boden der tatsachen zurück durch erfahrungen fehler vermeiden neue chancen eröffnen es könnte hier sogar wirklich die große liebe oder die große liebe zu etwas zu jemandem hier entstehen na habt ihr nun davon ich sehe schon mal drei der schwerter ist unten hast du gar nichts mehr mit zu tun die liebeskummer karte ach mensch naja stoßen wir drauf an hier können wir schluss machen ihr lieben guckt euch das an dein kapitel läuft hier komplett rein du hast jetzt erstmal ruhe ja du wirst hier in eine phase stolpern wo du erstmal ruhe hast du bringst hier etwas neues ja du entwickelst etwas neues es ist in entwicklung sagen wir es mal so aber durch deine eigenen erfahrungen kannst du dich hier gut schützen brauchst keine ängste mehr hier ausstehen kannst die chancen auch abschlagen du wirst sie aber annehmen ja hier entwickelt sich eine ganz große selbstliebe auch eine zufriedenheit eine innere zufriedenheit zu dir selbst weil du verstehst wie viel glück du vielleicht sogar am unglück gehabt hast ja alles schlechtes für was gutes das wäre wirklich so die legung die man dir hier sagen könnte und in voller dankbarkeit und demut oder oder ehrfurcht sagen wir mal lieber ehrfurcht vor allem bist du hier mit neuner kälte komplett in deiner selbstliebe angekommen und da streitst du auch aus das wirst du ausstrahlen das werden die leute merken du wirst auch angenommen werden du wirst wahrscheinlich auch wieder neue kreise aufbauen oder entwickeln bei das was man ausstrahlt zieht man an ja neun der kälte ich bin jetzt mal gespannt bleibt da nicht mehr viel übrig die hälfte oder es ist es ist eine beschränkte auswahl aber es sollte so sein es gibt für mich keinen zufall es fällt so zu wie es fallen soll naja haust du rein so löwenenergie also wir hatten sehr viel arkana hier drin hier haben wir das arkana um die stärke mit astrologisch dem löwen also du bist hier momentan gesichert bist du auch nicht einzuholen durch irgendeinen niederschlag glaube ich ging es erst recht los ja du schritterst hier richtig los also hier geht es rein in eine starke verbindung in eine starke chance die du nutzen darfst möchtest kannst aus dankbarkeit deine stärke ist hier wieder völlig da du zeigst dich du hast die ruhe benutzt oder genutzt um selbst aktiv zu werden ja du brauchst stärke du hast deinen akku vollgetankt geht der komplett hier rein also menschen die schwächer sind als du die wirst du nicht in dein leben reinlassen nicht aus arroganz oder wie auch immer aber du spürst wo die menschen sind die dich ergänzen ja die du brauchst damit sie dich in deinem prozess nicht stören du fokussierst dich hier wirklich auf stärke selbstliebe erfahrungswerte und die chance du wirst keine prozesse mehr so schnell anfassen die für dich na mal sehen ja oder umsonst sein könnten umsonst ist nie was aber du fokussierst dich schon wirklich auf dieses was kann daraus entstehen und genau diese hohen aufgaben fest du an weil du weißt wie viel potenzial hier hinter steckt ja was großartiges was lange halten kann was neu in präsentation geht was mit der liebe zu tun haben kann es könnten hier entschuldigung 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 reinkommen aussprachen jeglicher art dass diese neue chance der verbindung ja auch wieder ähm potenzial hat ja man sieht ich sag dir ganz ehrlich man wird dich auch anders sehen ja man wird auch dich anders wahrnehmen und ich glaube auch eine bewunderung hängt dir hinterher für deinen mut das wirst du eventuell vielleicht gar nicht so mitkriegen aber man bewundert dich für deine stärke und für deinen mut diesen ganzen weg hier gegangen zu sein und immer noch zu stehen ohne auf andere zu achten was man hier von dir denkt hält man bewundert dich für deine stärke ich glaube auch hier kommt so ein inneres kind ding wieder zurück man hat dich als kind schon für sehr stark gehalten ja hast du als kind vielleicht nicht so wahrgenommen das könnten auch so innere kind themen sein stur der wille war da und trotzdem hast du dich als kind brechen lassen das kommt alles wieder zurück ja das schließt so den kreis du hast wieder zu deinem gesunden positiven inneren kind gefunden aber auch durch erfahrungswerte ja vom hierofanten ein hauch von magie ja es war wirklich sehr sehr magisch ja also du hattest ja so wunderschöne positive karten hier gerade bei dass man hier überhaupt nicht also wirklich auch die schattenkarten waren wirklich komplett wie im Anschluss von der großen legung das war parallel laufend ja dieses ende von der großen wie geht es mit dir weiter statt bei der großen was empfindest du und was fühlst du wunderschön ihr lieben ja jetzt räume ich mal ein bisschen auf ablehnung drei der cage liegt da unten drei der schwerter das sehe ich alles alles vergangenheit ihr lieben bleibt gesund habt einen super schönen samstag vor allen dingen wie gesagt privatlegung verlinke ich euch hier nochmal oder war schon vorne ich sage es jetzt jeden tag wieder an weil wir wissen ja nicht jeder guckt die videos und dann kommen wieder anfragen von hinten rein mir ist es egal ich bin eh öffentlich auf youtube ja aber wenn jemand möchte und es hatten ja wieder viele angefragt gibt es für september die möglichkeit mehr nicht oder auch nicht weniger ich bin da tschüss ihr lieben macht's gut